Mein Name ist Joel Ernst, ich mache die Lehre in der Emil Frey AG Saferwil als Fachmann Betriebsunterhalt. Als Fachmann Betriebsunterhalt ist man für das Gebäude zuständig, im Gebäude und ausser im Gebäude, für Unterhalt, Instandhaltung, Grünpflege und Reinigung. Spass an meinem Beruf macht vor allem viel mit Leuten zu tun. Man hat viele Freiheiten, man ist manchmal alleine, manchmal mit Leuten zusammen. Und wir arbeiten überall nicht nur an einem Ort. Die schwierigen Sachen in meinem Beruf sind, dass man immer wieder neue Herausforderungen hat, die man vorher noch nie hatte. Mein Beruf ist sehr abwechslungsreich. Man hat eigentlich nie das Gleiche. Man macht jeden Tag etwas Neues. Es gibt Dinge, die sich wiederholen. Aber es gibt immer etwas, das man noch nie gemacht hat. Das ist ein sehr guter Arbeitgeber, weil wir einen sehr respektvollen Umgang miteinander haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.